Taaaag Leute! Coin Swing ist wieder angesagt! Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Schinkkalender! Das ist unser Abgangskalender für euch! Vom 1. bis zum 24.12. Was heißt jetzt für euch? Ganz einfach! Jeden Tag wird um 16 Uhr ein neues Video rauskommen bis zum 24. Dezember ab heute und jeden Tag werden wir einen neuen YouTuber parodieren! Aber wir brauchen natürlich auch eure Hilfe! Schreibt unter jede Parodie, welchen YouTuber wir als nächstes parodieren sollen! Also in die Comments damit! Und jetzt viel Spaß beim ersten Türchen! So meine Lieben und doch und hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video! Heute gibt es keinen Livestream, nein! Heute gibt es einen FAQ! Achso Q&A! Oder wie auch immer damit gehen die Begrifflichkeiten ja förmlich auseinander! Vielleicht beantworte auch ich heute schon deine Frage da draußen! Und achso, warum ich ein Headset auf habe zum Fragebeantworten... Ähm, weiß ich eigentlich... Oh Scheiße! Vielleicht legst du Sachen an, dass ich übelst die krassen Segelhöhren habe! Aber egal! Ähm, ja! Und ich würde sagen, schnack mal nicht weiter rum, Leute! Kommen zur ersten Frage! Die erste Frage ist, wann kommt das erste Video mit den Cheek-Budders? Tee! Tee! Die erste Frage mit den Cheek- Äh, die erste Frage... Die erste... Das erste... Och, das war schon wieder so ein netter Versprecher von mir! Das erste Video mit den Cheek-Budders! Ja, Freunde! Die sind mir viel zu klein! Boah! Mach ich geile Flachwitze! Boah! Egal! In diesem Video, Leute! Lasst ein Abo drauf! Verpasst nichts! Ich bin raus! Euer Badeschlapp! Servus!